Das hier ist Lani. Gute 3 Wochen alt, ein Säbel-Antilopen-Kalb aus dem Darmstädter Zoo. Und so ziemlich das Knuffigste, was es dort zurzeit zu sehen gibt. Bis wir aber diese Bilder machen konnten, hat es gedauert. Unser Team wird von der ganzen Familie beobachtet. Selbst wenn wir die Perspektive wechseln, verlieren sie uns nicht aus dem Blick und verdecken das Kälbchen. Lani ist eben so süß, dass wir sie erst nicht sehen dürfen. Bruder und Mutter versperren den Blick. Aber dann bekommen wir sie doch noch zu Gesicht. Fröhlich dreht sie ihre Runden. Und viel Laufen ist für Lani extrem wichtig. Lani entwickelt sich wie jede Antilope. Das heißt, die müssen relativ schnell gut laufen können. Weil natürlich in der Natur dann auch Beutegreifer warten und lauern. Deswegen ist es für eine Antilope wichtig, dass sie von früh an vom ersten Tag an beweglich ist. Und das trainiert sie eben auch. Sie läuft viel rum, sie galoppiert, hat natürlich auch ihre Ruhephasen. Aber das Laufen, das Laufen können, ist enorm wichtig. Besonders für den Darmstädter Zoo. Lani ist ein Weibchen. Ihre Mutter bekam bisher nur männlichen Nachwuchs. Und wenn sie sich fragen, warum das Weibchen trotzdem schon Hörner bildet, das ist eine Besonderheit der Antilopen. Mit den Säbel-Antilopen, die seit 2019 im Darmstädter Zoo leben, setzt sich der Zoo auch für den Artenschutz ein. Und da sie eine Tierart ist, die in der Natur nicht mehr vorkommt, die ist in der Natur ausgerottet, ist es schön, dass wir das auch mit ihrem Beitrag dazu leisten können, dass diese Art erhalten bleibt. Säbel-Antilopen leben vorwiegend in sandigen Regionen und wohnten einst in der Sahara. Durch eine unkontrollierte Jagd gibt es die Tiere in der Wildnis aber nicht mehr. Schon seit mehreren Jahrzehnten. Wir beteiligen uns mit dieser Art am europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Das heißt, auf europäischer Ebene wird diese Art in den Zoos gemanagt. Es geht dabei darum, dass diese Art möglichst lange in den Zoos erhalten bleibt, damit wir eben, wenn die Situation in den Ursprungsländern wieder gut ist, die Tiere der Natur zurückgeben können. Den Zoopädagogen freut, Lani und die anderen Säbel-Antilopen kann man aber erst mal weiter bei sich willkommen zu heißen. Also natürlich hat man gerade bei solchen Säugetieren, die ja auch besonders putzig sind, eine gewisse Beziehung dazu. Letzten Endes geht es aber nicht darum, ob uns das besonders gut gefällt oder nicht gefällt. Es geht um den Erhalt der Art. Der Artenschutz ist die wichtige Aufgabe der Zoologischen Gärten. Und da geht eben das Wohl der Art, wenn uns das Tier irgendwann mal verlassen sollte, über unser Befinden, dass wir das Tier vielleicht gerne weiter hier hätten. Dennoch, einem ans Herz wachsen, das tut Lani schnell. Mit etwas Glück können auch sie dasselbe Antilopen-Jungtier beim Spielen beobachten. Wir sind die Zoologischen Gärten. Wir sind das Land der Zoologischen Gärten. Vielen Dank.